moin moin und hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem bradys baguettes schinken nach 15 bis 20 minuten im ofen solltet ihr solch baguette vor euch liegen haben es sieht gar nicht so unappetitlich aus muss ich sagen wir sehen also alle zutaten jetzt nicht so farbenfroh wie es auf der verpackung abgebildet war aber was wir hier sehen sind 102 gramm das sind fast 23 gramm weniger als angegeben meine güte viel zu wenig dann beißt man rein und hat ein absolut monster faden geschmack das heißt wir schmecken kein bisschen vom schinken wir schmecken kein flavor von den paprika etc und die tomate ist nicht existent wir haben vom brot her ein absolut lasches und trockenes ganz trockenes brot und wir haben die baguettes nicht lange drin gelassen weil ich das nicht so gerne knackig mag also da sollte die saftigkeit eigentlich nicht gelitten haben und wenn man sich so ein ding hier rein pfeift dann ist man mindestens mit vier gramm fett dabei gesetzte fettsäuren sind das 1,4 4,4 gramm zucker und salz 1,3 und das gilt für 100 gramm also ein bisschen sogar noch mehr also ich muss wirklich sagen das schmeckt mir nicht es schmeckt wirklich nicht auch der eine die eine mini flocke die da abgebildet ist von zwiebeln schmeckt man überhaupt nicht als ich bewerte die brady's baguettes schinken mit vier von zehn also die das ist kein geschmack überhaupt nicht es war einfach nur lasch es war trocken und leider überhaupt nicht lecker auch wenn es günstig ist natürlich ihr kriegt sechs stück im paket aber es ist einfach nur rein schaufeln sättigung kommt erst nach fünf sechs dingern zu ne nicht gut vier von zehn ich sage vielen Dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal sohn zun